Kennen Sie das? Wasa köstlich. Knäckebrot mit Sesam und Ballaststoffen. Köstlich, sagt meine Frau immer, wegen der vielen kleinen Sesamkörnchen. Naja, das wäre nichts für mich. Sesam in der Marmelade, Sesam im Käse, Sesam in der Wurst. Ist aber gut für die Figur, sagt sie. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wasa, ein starkes Stück Brot. Wasa, ein starkes Stück Brot.